Und da noch so ein Obi-Wan, der alles blocken kann. Oh, das wird aber auch ekelhaft von denen. Also muss man aufpassen. Aber da haben wir jetzt die Bubble. Ja. Gleich hinlaufen oder was? Ja, rechts runter. Ja, hier nach rechts genau. Kommt schon einer von rechts? Gerade ist Grievous. Granaten rein oder was? Ja, die detoniert gefressen, Herr Grievous. Ja, die kommen. Grievous kommt. Ich muss weg. Grievous down. Hab ich. Vader von oben. Vader low. Granaten rein. Da war mein Trick. Hier. Bist du auf die Aiden auf? Die steht da noch. Bubble rein, hier. Bubble ist hinter uns, hinter euch. Ich mach... Machtschuh. Grievous kommt. Grievous kommt. Scheiße, Grievous. Oh ja, Grievous ist ein Problem. Ich hab Vader hinter mir. Ja. Vader down. Hey, wo ist meine Bubble? Hä? Komisch. Ja, die steht da hinter dem Dings und sitzt. Ah! Nein, hab sie. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Geh mal weg. Guck mal, ich hab die gerade eingesetzt. Hä? Hä? Stimmt. Ich hab das nicht. Die haben ne Fasma jetzt da rechts. Ja. Ich geh ein bisschen weiter vor, ein bisschen blocken. Nein! Der Bober. Ja. Er hat mich holt. Oh, Moll haben sie jetzt auch. Aufpassen. Ja. Ich komme. Granate, Granate. Er ist hinter, hinter der... Oh, kein Aim. Ich seh nix. Ich helfe dir mit dem Moll. Jo. Hab ihn. Down. So, ich komme. Ich drück jetzt noch... Ich drück nur einmal, die Tasse jetzt. Und? Ein Sekundärfeuer. Ey, guck mal. Mein Bubble wird sofort wieder gelöst, äh, hier. Ich hab grad keinen Aim. Ich hab zwei Seiten beschossen. Wir haben momentan also kein Schild mehr. Das ist ein Sekundärfeuer, finde ich nicht gut. Kannst du das vielleicht nicht im Wasser setzen? Also, wär blöd, aber... Blöd, aber... Das wär jetzt echt. Und hier, auf dem Gras. Ah, okay. Scheiße, in Afghanistan, ey. Ich glaub, ich sterb out of map. So weit hat er mich geschmissen. Naja, ich fachs zurück. Sind auch nur drei gerade, gell? Pass auf, Sekundärfeuer. Ich pushe die einen jetzt mal weg. Stehe die da mit ihrer Bubble. Aufpassen, Moll von rechts. Hab einen. Moll, kommt hier hin? Ja. Hab ihn. Ja, Moll down. Kommt, schaffst du's? Ja, du hast genug Leben. Ah, der Bober. Bober, ah, fuck. Wo ist denn der? Da hinten. Ah, nice. Ich muss wieder umkehren. Bozg? Ja, Bozg. Kein Aim. Mein Gott, ist das schlimm, die Runde. Da hinten links. Obi-Wan? Hallo? Nee. Kein, Alter. Wann machen die da hin? Keine Ahnung. Bozg ist am snipen. 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 Oh, der hat gesessen. Oh, Boba ist da auch noch. Boba rechts, Boba down. Oh, schlau. Schlau. Ich push die Iden. Down. Hey, ich hab ein Bug hier wieder. Ich kann nicht schießen. Ich kann nichts machen. Ah. Ah, okay. Okay, nice. Und alle schön... Wall in mein Schwerberg. Ja, mall down. Schön, schön, schön. Aber dieser blöde Boz da hinten, der geht mir so richtig... Der ist so low. Der ist so low. Ich werf die detoniert. Ist down. Danke. Einen von oben links. Geradeaus. Es sind nur zwei. Wir können auch jetzt mal aggressiv spielen, gell? Ja, lass mal pushen. Ja. Warte, mall kommt schon. Na toll. Ich komm mit dir heran. Ja. Dann sind alle mit dir. Ich brauch Hilfe hier mit mall. Ja, mit da. Hab ihn. Hier. Hier ist ein. Loll, ich seh nicht mehr, wo sie ist. Sie ist schon tot. Da vorne steht mall. Oh, ja. Ach, mall. Naja. Hinter uns ist, äh, Aiden. Ja. Boz, willst du da auch noch irgendwo rumrennen? Nee, die sind zu zweit nur. Habste. Hier ist mall wieder. Stun. Hab ihn. Hinter uns ist Gryvis. Ja. Hier ist auch hier was von denen. Gryvis ist mein Trick. Ich geh pushen. Gryvis ist down. Down. Oh, was hat die denn für einen Aim? Ich muss mal was. Habste. Ich muss mich verstecken. So. Edda als Boss könnte den. Ja. Die sind wieder zu viert, also wieder defensiv, gell? Machst du? Oh, hier ist Kylo von hinten. Ah, nein, Kylo holt mich. Er war auf einmal da, ey. Ja, er hat mich auch gezogen. Ich brauche hier dringend Hilfe. Willst du down? Ja. Ich brauche Hilfe mit Vader. Ich bin hinter dir. Kylo down? Ja, Aiden steht hier. Aiden da. Und stun. Oben kommt Kylo von hinten. Imperator in der Saison. Bobble. Kylo hat mich. Ja. Bin auch da. Imperator down. Ab ihn. Pass auf, Aiden. Auf Aiden. Hinten. Fass mal, ja. Fass mal down. Vader will gegriffen. Oh, nein. Ui. Ich geb euch Deckung. Oh, oh. Oh, ich wurde gezogen. Ja, ich. Auch. Ja, erster Tod. Oh, ich bin so low. Ja, Kylo geht auf mich. Und next kommt. Aiden da. Mein Trick, jetzt gehe ich auf ihn. Doku, du kannst da Hilfe. Bin bei der Aiden und bei der Fassma. Aiden down. Doku down. Gut. Fassma down. Da steht Kylo. Kylo. Kylo? Kylo. Kylo down. Kylo down. Ober ist irgendwo. Jo. Bubble, bubble, bubble. Ach, klar. Da steht. Jo. Irgendeiner ist hinten. Hinter uns ist der Dach. Ja, Fassma steht da oben. Fassma down. Ja. Schön. Jo. Alles nur wegen der hellen Seite, wissen wir hier alle. So ist es. Okay, aber ich spiele auch nicht mehr leer. Ich kann einfach nicht mit dir. Ja. 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 Ist doch gut, dass wir das jetzt machen, Stück für Stück.